Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf dem Ticket und heute habe ich zum Beispiel, Raider Origin. Ja, ich habe es ja runtergeladen, so wie immer. Ich bin allerdings dabei, meinen Account zu finden und ich finde ihn nicht. Ist ja auch nicht. Ach Mensch. Was für ein Mist. Ich schaue, glaube ich, mal kurz, wo mein Account war. Eine Minute. Und da bin ich wieder. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das war unter dem Server S443. Und dann schauen wir mal. Was ist das? Aber warum? SEK-Server. Faria failed. Please. Loading again. Oh, oh. Also der Server geht schonmal nicht. Hm, jetzt schaue ich nochmal nach. Gleich wieder da. Und da bin ich wieder. Habe mir jetzt andere Videos von mir angeschaut. Habe jetzt noch den Server 545 gefunden. Ach, geht auch nicht. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Gibt gar kein Server. Haha. Als Wartungsarbeiten. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein, Quickstatt geht nicht, ja gut, dann war es das heute auch schon wieder, habe ich denn mein, habe ich das denn schon fertig, haben wir das denn fertig, ja wir haben es auch schon fertig, ich habe schon eine ganze Zeit rumgesucht und nichts gefunden und Server noch down, na gut, scheiße Okay, dann Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder weit seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, ciao, ciao